Also meine Meinung ist eigentlich, dass gerade die Mädchen zwischen 14 und 15, dass sie sich überhaupt nicht trauen, dann zu ihren Eltern zu gehen und zu sagen, dass sie bei der Frau arzt müssen, weil was passiert ist beim Sex. Und deswegen denke ich, dass das eigentlich frei verfügbar sein sollte, damit die Hürde gerade für diese jungen Mädchen viel geringer ist, um die Pille danach zu bekommen. Und weil sonst werden die halt einfach schwanger, weil die sich einfach trauen, zu ihren Eltern zu gehen. Es ist vollkommen okay, dass das Rezept frei ist, doch klar. Also ich denke, wenn diejenige das möchte und möchte die Pille danach nehmen, weil sie das Kind nicht kriegen soll, dann sollte die die Möglichkeit auf jeden Fall gegeben kriegen, klar. Ich würde sagen, das ist dann die Aufgabe von denjenigen, die in der Apotheke arbeiten, dass sie dann einfach hingehen und den Mädchen das erklären. Da bin ich nicht dafür, weil es ist eine Gefahr. Man weiß ja auch, dass Leute dadurch unmöglich werden oder dass das einfach zu stark ist. Also es ist ein riesiger Eingriff in den Körper und in den Hormonhaushalt. Und von daher finde ich es nicht gut, wenn das nicht beaufsichtigt wird und dann auch nicht beim Arzt gemacht wird. Von daher. Dass das halt eingeschränkt ist und wirklich nur im Notfall benutzt wird, aber dass die Kinder nicht dazu gezwungen sind, das ihre Eltern zu erzählen. Ja doch, da sollte es dann schon irgendwie Aufklärungsversuche geben, dass die Frauen da eingeladen werden, irgendwo hin, sich darüber erkundigen können, damit man da halt auch nichts Unüberlegtes tut dann. Also meine persönliche Meinung, solche Sachen müsste ein Arzt treffen, weil der dann auch genau schauen kann, wie ist es mit den Hormonen, wie sieht es bei der Frau halt aus. Ich denke, als Leier, nicht so gut. Aber sie sind viel zu schnell der Missbrauch. Oder das hat auch die Apotheken dann sagen, gut, um halt schnell Geld zu machen, dass sie das halt dann viel schneller, bereitwilliger weggeben. Ja, ich finde es gut. Ich meine, das ist ja eine persönliche Sache. Wenn du denkst, du willst sie haben, dann muss es ja nicht unbedingt noch ein Arzt für dich entscheiden müssen. Also ich finde, dass man das Rezept frei macht, ist eine gute Sache. Ich weiß nicht, wie die empirischen Befunde darüber sind, ob das gute Erfahrungen, negative, keine Ahnung. Deswegen, ich bin trotzdem eigentlich im Prinzip erstmal dagegen. Keine Ahnung, da müssen wir halt wirklich mal die Studien abwarten, mal in Deutschland auch mal eine Studie machen. Oder halt auch mal die EU-Länder, wo das halt angewandt wird, mal kontrollieren. Ob das wirklich sinnvoll ist, jemand da irgendwie einen Schnellschuss wieder macht und dann in ein, zwei Jahren feststellt, oh je, so viele negative Erfahrungen, jetzt lassen wir es doch wieder. Ich weiß nicht, es gibt halt zwei Seiten. Es ist einerseits, je nachdem, in welchem Fall es ist, wenn du nicht mehr zum Arzt gehen kannst oder so, du weißt, du bist schwanger, finde ich es eigentlich schon in Ordnung, wenn man dann die Pille danach gibt. Andererseits, wenn die Rezept frei wird, dann könnten ja die Leute rumdingsen, wie sie wollen da. Und ich weiß nicht, also es hat halt beide Seiten. Aber ich fände es jetzt auch nicht schlimm, wenn es Rezept frei wäre. Nein, glaube ich nicht.